Hallo und herzlich willkommen bei Virtus.de und einer neuen Folge Assassin's Creed OVC. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Die Quests haben wir hier in der Burg fertig gemacht. War schon ganz schön happig, da die auf unserem Level waren. Aber das haben wir geschafft und jetzt gehen wir mal zurück ins Dörferle. Geben das ab, was wir kurz vorher gemacht haben. Oh, die ganzen Leichen sind. Und hoffen, dass wir dadurch natürlich ein bisschen weiter kommen und vielleicht auch ein bisschen aufsteigen. Natürlich, wie schnell. Also so, ist ja nicht mehr weit. Ganz dorf hier platt gemacht. Das, was man da unten sieht, ist übrigens das, was wir auch noch machen. Wir müssen den voll aufschöpfen. Das habe ich. Und er hat mit seinem Blut für seine Taten bezahlt. Solange er bezahlt hat, hast du die Tafel. Risiko irgendwas. Was? Ich könnte die alle eliminieren hier. Das ist so lustig. Er hat noch nicht gereicht für den Levelaufstieg. Deswegen gucken wir mal weiter. Banditen-Zeit-Lager ab. Da wird nicht angezeigt, wo. Das heißt, wir werden mal hierher gehen. Dann gucken wir uns mal durch hier. Püüü, püüü durchs Land quasi reisen. Hier hat es schon ordentlich gemordet und geschlachtet, wo wir hier. Dann geht es gleich wieder raus. Auf die Straße. Okay. Komm schon. Dann haben wir hier noch so. Gucken wir denn da rein. Gute Frage, nächste Frage. Probieren wir erstmal kurz hier unser Glück. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Die sind ja schon heftig stark. Nicht mit mir. Jawohl, ja. Zack und weg. Ich muss die Schatztruhe. Hier drin. Okay, hier drin. So, jetzt können wir uns ja auch erstmal neu aufstatten. Da sieht ja natürlich alles nochmal ganz anders aus. Hm, was nehmen wir hier? Es lohnt sich die Ausrüstung zu pflegen. Verstärke deine Rüstung um 30%. Beschweren Kampf. Feuerschauen, Feuerschauen. Das ist natürlich immer geil. Bärenquirl, Umgang mit Betäubungsfall und Machtziele. Kampfunfähig. Das braucht ja keine Sau. Gift aus, die effektiv erhöht sich um 25%. Mit Gräbenlicht macht so ziel für 6 Sekunden benommen. Und benommen halt endet, wenn der Angriff vorbei ist. Nee, schwierige Sache. Macht alle Gegner im Umkreis von 3 Metern. Erhöht den Jagdschau um 20er Einsatz von Jägerfähigkeiten. Werde ein Standfall mehr verbraucht. Zähl mir bewusstlose Wölfe und man kann es immer nur ein wildes Ziel auf einmal ziehen. Nee, ich werde, glaube ich, das hier machen. So. Irgendwann da. Wir sind hier ein bisschen auf Stärke gekommen. Was ziehen wir an? Na, lieber den ja. Auch kein Level 10. Auch kein Level 10. Okay. Brustabern. Ja, der andere wäre vielleicht passender zum Outfit gewesen. Einen Bogen haben wir nicht. Aber eine Waffe hatten wir doch, glaube ich, auch nicht. Nee, okay. Hat sich das Thema erledigt. Dann gucken wir mal wieder hier rauf. Da müssen wir nämlich noch hin. Kranke, jetzt schweinen wir. Geronimo, Abflug. Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte er Probleme. Was geht bei dir? Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit... Hätte ich das, dann wärst du bereits tot. Ich bin hier, um zu helfen. Hm. Noch nicht. Für mich ist es ein... Die Athener haben sich als widerstandsfähiger Wiesener... Auf die Knie gehen. Ja, ich kenne die Großmutter. So, komm. Was für Laberei hier. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Ja, da wollen wir ja gar nicht hin. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. So, einen Punkt brauchen wir noch. Da war hier noch ein Punkt. Dote Tier, das waren wir. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Na, dann gib mal her hier. Was hast du noch für Infos? Und, waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. Wären das Athener gewesen, hätten sie nicht nur die Vorräte, sondern auch die Karren genommen. Und Banditen hätten keine Chance gegen gestandene Spartiaten. Was willst du damit sagen? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. So, Karte. Da wahrscheinlich. Nee, doch nicht. Okay, da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Was sieht doch... Okay, nichts zu sehen. Auf jeden Fall da drin irgendwo. Ui. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte, geh einfach. Ihr seht nicht wie Mörder aus. War das der Fehler der Spartiaten? Was? Warte! Nein, bitte! Du verstehst nicht! Was gibt es da nicht zu verstehen? Mir scheint das mehr als eindeutig zu sein. Bitte. Lass es mich erklären. Okay. 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 Wir müssen nicht wachleben. Kämpfen. Warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was... Bei den Göttern. Nein! Wir sind Bürger von Megara. Bitte. Hab Gnade. Wie die Gnade, die ihr mit entspart. Ich... Wir... Wir nahmen nur etwas Essen. Irkanus. Ja. Ich... So, genug. Ich bin nicht... Die Zeit der Worte ist vorbei. Es gibt nur eine gerechte Strafe für euer Verbrechen. Komm. Hauen wir mal richtig hoch. Die Lebensmittel gehören uns. Entweder sterben wir hier durch deine Hand. Oder wir verhungern später, wenn ich sterben muss. Da... Marco! Hilfe! Nichts! Selbstbegriffen die Wagen. Nicht wir! Wir hatten doch... Nicht mit mir, Freundchen. Komm hier. Armlose Zivilisten töten. Es tut mir leid. Aber was sein muss, muss sein. Zwischendurch gibt's keinen anderen Weg. Geht's da hin? Oh, bald haben wir den Zorn des Typen auf uns. So. Dein Kopf! So. Der Stockkampf hier nur. Naja! Sowieso nicht! Was haben wir denn da Schönes bekommen? Das ist natürlich eine Hausnummer. Erfolg! Schick, legendären Gegenstand. Leg ihn an. Haben wir gemacht. So, okay. Wir haben immer noch... Guck mal, wir gucken erstmal hier. Einen Solden haben wir durch. Na wo? Du bist Gift, ist das? Melde dich bei... Achso, wir haben den schon durch. Was geht da bei dir, Spatjad? Schick, schick, schick! So, wo müssen wir hin? Oh, stirbt doch mal und wächst viel. So. Okay. Keine ruhige Minute hier. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich hab die Vorräte gefunden. Bei einem Haufen... Und? Sie machen keinen Ärger mehr. Das sind gute Neuigkeiten. Bald haben wir Megara gesichert. Hungrige Einheimische sind ein geringstes Problem. Es gibt noch etwas anderes. Hyrkanos? Ja, er steht auf Seiten der Athena, den Gerüchten zu... Es war alles sein Werk. Diese Soldner sind hartnäckig. Das muss ich ihnen lassen. Gute Arbeit. Und was schwebt dir vor? Spür ihn auf. Wenn du so eine schlechte... Tut mir leid, aber dieser Mann Hyrkanos... Ich mach es, komm. Was werde ich? Natürlich! Überall... Ich schätze, du hast... Er könnte überall sein. Vermutlich hat er sich in der Nähe der Athena eingenästet. Manchmal schickt man... Gut, dann haben wir da auch mal einen besseren Helm gekriegt. Level 9. Den müssten wir eigentlich platt kriegen. Was für ein hässlicher Hut. Und wo soll der jetzt sein? Leeson. Leeson hilft manchmal. Dürr hat hier aufgespürt. Den gefährlichen Söldner, der verstoßt. Der Spartalienbrühe. Er hat Kassandra um sich kümmert, bevor er noch Schaden... aufgespürt. Der Spartalienbrühe. Der Spartalienbrühe. Der Spartalienbrühe. Der Spartalienbrühe. Durchsicht. Der Spartalienbrühe. Der ist ja nicht... Was soll der denn sein? ah das da okidoki einfach mal hier rüber schnellster wie ich das wird nicht so easy das muss was war das kommt zu dädi Okay. Kräftig platt gemacht, den Typen. So. Das sind deren komische Hüte. Ah, okay. Alles abgegrast. Ja, sieht gut aus. Okay, dann haben wir das hier auch schon mal durch. Müssen wir jetzt natürlich noch zurück. Ich weiß noch nicht, wo das da ist. Aber da kommen wir später vielleicht noch hin. Jetzt haben wir ja Glück, was die Söldnerei angeht. So, immer gut zugehoffen. Warum kann man nicht vom Pferd aus reden? Der Söldner Hürka. Sparte Dank. Und meine Belohnung. Ich habe dir keinen Auftrag. Toll. Pfff. Spacko. Das war mal ein Treffer. Lohnt sich ja richtig hier zu skillen. Okay. Haben wir es auch durch. Zeit ist eh rum. Ist ja auch Dank fürs Zusehen. Ich guck mal, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.